Ja Freunde, so sehen Leute aus, die richtig scheiße aussehen und die im richtig Scheiß-Set stehen. Tucken TV, pink, rosa. Normalerweise, wenn man sowas sieht, könnte man eigentlich nur durchschlagen. Das komplette Set zerhacke und mit dem Beil alles kurz und klein schlagen. Wenn man das als Hesse so sagt, ne? So, gibt's eigentlich hier eine Klimaanlage? Leute, ich frag mal so, ja, ob wir das gleich mal anmachen können, das ist ja der Hammer. So, Freunde, passen zum, passen zum, äh, hier, passen zum, was ist denn das für eine Scheiße hier? So, man muss ja ein bisschen, sowieso ein Tier! Alter, was ist denn das hier, du? So, von oben nach unten, so hier, von oben nach unten, von links nach rechts, links nach rechts. So, Tiere, komm, zwei Pakete, zack! Muss ich die Tiere hier dranmalen? Muss ich die Tiere hier dranmalen? Ne, soll ich sie dran schreiben hier an das Ding? Ja, müssen wir machen, höre ich gerade. So, zwei Pakete, Ratze, Fatze! Ratze, Fatze, Hopse! Komm Leute, da ist hier, ist also quasi, das geht hier, bumms! Zack! Rums die Bums! Wie viel müssen die sagen hier, ein Tier, ein oder zwei, nennen sie ein Tier. Wer ist dran? Anja. Anja, hast du ein Tier gefunden? Ja. Welches? Äh, die Möwen. Die Möwen! Wo denn? Oben rechts. Möwen! Gewonnen! Hallo, Sie haben gerade Geld gewonnen, ist das schade? Ja, klasse! Ach so, ich habe gerade gedacht, Sie ärgern sich. Was wollen Sie jetzt noch mit zwei Paketen? Sie haben doch schon so viel, habe ich jetzt gedacht, ne? Zwei Pakete, welche? Ich nehme gleich die Eins und Zwei. So, haben Sie schon mal gewonnen? Ja. Wie viel? Gestern 90 und vor zwei Wochen 140. Ja, jetzt kommt ein bisschen was dazu. Und zwar 130! Klasse! Herzlichen Glückwunsch! Danke! Am Telefon bleiben, zack! Noch ein Tier! Noch ein Tier! Das sieht hier aus, das sieht hier aus. Wer hat denn das genehmigt? Wer hat denn das genehmigt hier? Das frage ich mich, wer das genehmigt hat. Wer das genehmigt hat, das frage ich mich hier. Wer das hier, also auch die Tapete. Ich möchte bitte, dass ihr die Tapete zeigt. Auch die Tapete. Hier. Ist das nicht schön? So, Nächster. Ich darf auch ganz kurz hier den Fernseher zeigen. Ey, das geht gar nicht. Es geht nicht. Nächster! Ah! So, wir suchen ein Tier. Von oben nach unten, von links nach rechts. Haben Sie einen? Sofort ans Telefon. Das muss schnell gehen, Freunde. Zack, der Nächste. Rums die Bums. Wer Geld haben will, probiert das hier. Wer ist dran? Hallo, ich bin Serbier. Serbier. Sie sind 18? Bitte? Sie sind 18? Natürlich. Was haben Sie raus? Eine Ratte. Eine Ratte. Genau. Wo haben Sie die gefunden? Ähm, das ist die vierte Reihe von unten. Ja, ich sehe das. Ist richtig. Super. Gewonnen! Dankeschön. Und zwar zwei Pakete. Welche? Ähm, ich nehme die sieben und die neun. Sieben und neun. Schon mal gewonnen? Nein. Noch nie? Ich rufe das erste Mal ein. Ach nein. Ja, wirklich. Wieso denn das? Keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade so schön durchgesetzt und habe mir gedacht, probierst du mal dein Glück. Und noch nie vorher probiert? Nee. Einfach jetzt mal so aus Spaß. Genau. 190! Oh, super. So funktioniert der Laden hier. So funktioniert der Laden. Bleibt dran, ja? Nächster. So, Freunde. Mal kurz durchgesäppt, mal probiert und es hat einen Riesenschlacht getan. Genau so läuft der Hase. Das Set hier werde ich nicht mehr moderieren. So, Achtung! Das wird mir ja wahnsinnig. Wenn man sich die Tapete anschaut, wird mir ja schummrig im Kopf. So, zwei Pakete, ein Tier. Möwe, Möwe, Ratte und jetzt Sie. Was gibt es denn noch? Nicht Möwe, nicht Ratte. Was gibt es denn noch? Hier, Python zum Beispiel. Vorsicht, Vorsicht! Melanie, was kommt raus? Elch. 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 Der Elch! Ja. Wo steht denn der? Sie gewinnen zwei Pakete. Das ist toll. Welche? Die sechs und die zehn. Haben Sie schon mal gewonnen? Ja. Den Glückwunsch! Danke. Und das in zwei Paketen. So, Achtung! Zwei Tierchen, vier Pakete. Das ist jetzt pervers. Ja. Können Sie mich hören? Ja. Können Sie mich auch sehen? Ja. Geht ja gar nicht. Hallo? Hallo? Frau Feil, wollen Sie ins Studio gestellt werden? Leute, nee, also man muss schon ein bisschen was mitbringen, um hier zu gewinnen. Also Leute, so oder so geht's nicht. Wenn man mal ein bisschen Spaß macht, ja, Sie müssen realisieren, wenn Sie diese Nummer wählen, ja, entweder, ohne Scheiß jetzt, entweder Sie hören eine Bandansage, leider hatten Sie diesmal kein Glück, oder Sie sind im Fernsehen. Mehr geht nicht. Verstehen Sie? Wenn Sie also irgendeiner voll labert, wird es meistens so sein, dass Sie im Fernsehen sind. Also rechnen Sie bitte damit, wenn Sie die Nummer wählen, dass es Schläge tut. In dem Fall vier Pakete. Aber Sie müssen natürlich zwei Tiere nennen. Wer ist dran? Ute. Die gute Ute hat welche beiden Tiere? Tiger und V. Der Tiger und der V. Wo steht denn der V? Den haben wir gar nicht gesehen. Volleste Reihe unten, über den Aasgeier. Ja, sehr gut. Sie bekommen vier Pakete. Oh. Sag mal, haben Sie jetzt diese zwei, hätten Sie jetzt noch zwei, oder bitte? Ja, ich hätte doch einen Fuchs. Oh, sind Sie wahnsinnig, das zu verraten. Sie dürfen das doch nicht sagen. So, jetzt nennen Sie erst mal vier Tiere. Äh, vier Pakete. Ja, da habe ich doch gerade schon, zwei habe ich schon. Ja, ich bin ja völlig durcheinander, Sie machen mich so wuschig. Nennen Sie mal vier Pakete. Ich nehme die drei, die fünf, die sieben und die neun. Drei, fünf, sieben und die neun. Das ist natürlich jetzt kompliziert auch für mich, ne? Hm. Haben Sie schon mal gewonnen? Noch nie. Noch nie. Wie oft haben Sie jetzt in der Runde probiert? Och, zehnmal. Ja. Das lohnt sich. Ich hoffe. Ja. Für meine Kinder. Ja, warten Sie auf, zehn Anrufe, das sind irgendwie so vier Euro Paaren 80, ne? Und wissen Sie, was Sie dafür jetzt gewonnen haben? M-m. Soll ich Ihnen das mal sagen? M-m. Ne? Soll ich Ihnen das mal nicht sagen? Hä? Doch, meine Kinder freuen sich. Ja, 100, 200, 220, 270, 290, 300, 380 Euro. Ja, ich sag Ihnen das. Und wie oft haben Sie es probiert? Fast zehnmal. So, da soll noch mal einer meckern, ne? Bleiben Sie am Telefon, alles Liebe und viel Spaß mit der Kohle. So, Freunde, und jetzt Achtung. Ich will jetzt von Ihnen nicht mehr zwei, weil Sie die wahrscheinlich haben, sondern drei. Und jetzt gibt es dafür acht Pakete. Warum? Weil es fast nicht lösbar ist. Zwei Tiere, okay. Drei, nicht mehr. Achtung, es geht schnell, Freunde. Wer 9 Live kennt, weiß genau, oh, 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 ich muss zusehen, dass ich diese drei Tiere zusammenkriege. Auf Ihr Wohl acht Pakete, das könnten locker 800 Euro werden. Wenn nicht mehr. Sie sehen, wie schnell hier das Geld rausgeht. Wenn Sie gerade eingeschaltet haben, hier knallt's. Welcher Fernsehzuschauer hat noch drei Tiere? Sie? Ne, Sie haben keine drei. Schauen Sie mal genau hin. Da gibt es Fallen, wo man glauben könnte, man hat ein Tier und dann hat man doch keins. Kicken wird schneller. Tappen Sie nicht in eine Falle rein. Wahrscheinlich haben Sie drei, aber das dritte Tier ist falsch geschrieben. Das ist es nämlich. Deshalb werden Sie zu Hause sitzen und keine drei mehr haben. Weil Sie denken, Sie haben drei. Ne, falsch geschrieben. Da sind Fallen drin, Freunde. Hier, Sie lesen den Hund. Sehen Sie? Sehen Sie? Hund ist ein Tier. Korrekt. Der Hund ist ein Tier. Nur Achtung. Sie tappen in eine Falle. In eine Falle. Schön in die Falle. Wer hat drei? Die Dame eben gerade hatte noch zwei. Aber drei. Acht Pakete und es tickt schon wieder schneller. Und er sucht. Sie kennen die Geräusche. Die Zuschauer, die jetzt öfters neuen Live schauen, wissen, dass sie jetzt anrufen müssen. Freunde. So. Was? Wo ist er? 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 Wenn mindestens einer drei Stück hat. Freunde, Vorsicht, übertreiben Sie es nicht. Sie tappen in die Falle, wenn Sie hier was falsch lesen. Es sind hier Fallen eingebaut. Bitte genau hinschauen. Wer tatsächlich noch drei hat, sofort ans Telefon. Wer tatsächlich noch drei hat, sofort ans Telefon. Nämlich Achtung. Man könnte mehrere Tiere hier lesen. Achtung, Falle. Zwei. Von oben nach unten, von links nach rechts. Das gibt's doch nicht. Zwei. Drei. Yes. Yes. Psst. Oh, 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 hier im rosa Schmuse-pink-alten Pippi-Studio. Leute, das gibt's doch nicht. Da sind sie gleich mit drei Tieren. Jawohl. Redaktion, die lesen, die Leute rufen hier wie wahnsinnig Fleischkarte an. Die haben aber nicht die Richtigen. Die haben's falsch. Sie haben's falsch, Freunde. Da sind Fallen eingebaut. Schauen Sie genau hin, es tickt. Das Spiel sieht einfach aus. Das ist eine ganz fiese Nummer jetzt. Aasgeier, okay. Hummer, okay. Möwe, Elch, okay. Ratte, Hase. Aber dann, die Tiere, die sie lesen, werden die wirklich so geschrieben? Oh je, oh je, oh je. Wer noch drei Tiere hat, lesen Sie ja die richtigen vor. Lesen Sie ja die richtigen vor. Die Tiere kennen Sie alle. Oh, 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 oh. Wenn's jetzt den Depperschlag tut, ich sag Ihnen das. Ich muss schon mal die Pakete auspacken. Die Leute, die noch live öfter sehen, die wissen, es geht zur Sache jetzt. So, das waren jetzt vier. Dann nehme ich mal die oberen vier schon nochmal runter. Oh, 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 oh. Freunde, eins, zwei, drei, vier. Jetzt schauen Sie sich mal diesen Batzengeld an. Ach, du Scheiße. So, die Fernsehzuschauer, Sie sind dran. Das sind Hunderte. Hunderte. Vielleicht 800, 900, vielleicht 700, 600. Das geht in die Hunderte. Achtung. Es sind auf jeden Fall über 500, Freunde. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Drei Tiere. Hallo? Acht Pakete für drei. Achtung, genau hingeschaut. Für alle, die gerade durchschalten. Genau hingeschaut. Es könnte sein, dass ein Tier lesen, das ist kein Tier. Weil Rechtschreibung. Ja, ich sag Ihnen, wir werden eine falsche Antwort kriegen. Die Leute hören nicht auf mich. Die hören nicht auf mich. Wie sieht's aus? Wollen Sie acht Pakete haben? Sie hören's doch, was hier frie, 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 frie macht. Das weiß keiner. Redaktion, kann ich da zehn Pakete geben? Ich weiß ja nicht. Nein, können wir nicht machen. Ja, das ist nämlich der Punkt. Das sind Fallen eingebaut, liebe Fernsehzuschauer. Das sind Fallen eingebaut. Sie denken, naja, hier lese ich mal. Da lese ich jetzt mal Regenwurm da oben. Vorsicht! Ich sag Ihnen das. Ich an Ihrer Stelle würde es jetzt mal probieren. Aber nur, wenn ich drei Tiere habe. Zwei reichen nicht, so wie die Dame eben gerade. Die hat noch zwei gehabt. Das hat nicht gereicht. Das ist nicht. Das ist ja der völlige Wahnsinn. Das ist der völlige Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn schlechthin, du. Das ist der völlige Wahnsinn. Das gibt's doch nicht, dass da sich keiner rantraut. Yes! Leute, Vorsicht mit allem, was sie tun. Sonst fliege ich auch mal Glaswasen. Das ist keine Seltenheit. Vorsicht! Jetzt! Jetzt! Sind Sie in der Lage, mir verdammt nochmal so Dreckstiere zu nennen? Tick! Oh, da werde ich wahnsinnig. Da wird mir völlig schummrig. Und hier, Kameramann vom ZDF. Ist dir das hier zu billig oder was? Ist das Fernsehen hier? Findest du das kein Fernsehen hier oder was? Hä? Der Set ist super. Freunde, jetzt lass mich halt ablenken hier von den tollen Sachen hier, die hier so sind. Leute, ich, mein Redakteur, wird schon wieder geil, wenn er mich sieht. Leute, acht Pakete! Sehen Sie das hier? Ich bin magisch. Achtung. Ach, du bist so eine Sau. Ist die Kamera so eine Sau. 10, 9, 8, 7... Ich rate Ihnen, gehen Sie ans Telefon! Ich rate's Ihnen! Freunde, wollen Sie acht Pakete haben? Gib mir mal grüne Scheine, ich wechsel. Ich wechsel mal ein paar. Hol mir mal einen Stapel grüne Scheine, bitte, lieber. Lieber, äh, äh, Dominik. Natürlich, Dominik. Ich habe sogar noch seine Handynummer, ich glaube es nicht. Kein Scheiß. Acht Pakete sicher. Drei Tiere. Freunde, zwei waren einfach. Drei. Und vor allem das Schwierige ist, sie werden zum Teil wirklich... Naja, das reicht ja nicht. Es wird ja wirklich, es ist ja so... Es sind ja zum Teil welche falsch geschrieben. 50, nehme ich einen Hunni. Wieder 2 mal 50, nehme ich wieder einen Hunni. Achtung, hier, das ist alles ihr Geld, das ist ja brutal. Das ist ja brutal. Das kann jede Sekunde hier zuschepern. Hier ein Fuffi und hier wieder ein Fuffi, ist wieder ein Hunni. Das ist ja brutal. Ach du Scheiße, das ist schon... Achtung, letzter Countdown, das garantiere ich Ihnen. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe es Ihnen garantiert. Wenn ich es Ihnen garantiere, das ist ja der Wahnsinn. Wer ist am Telefon? Hallo? Ja, wer ist denn da? Andreas. Andreas, was hast du raus? Einmal Reh. Moment, jetzt Moment. Jetzt muss ich kurz mal hier, jetzt bin ich hier durcheinander. Das Reh. Das ist richtig. Weiter. Der Ochse. Reh. Ochse. Ja. Und die Laus. Ochse. Und die Laus. Jetzt theoretisch, mein Lieber. Hätten Sie theoretisch noch drei. Hallo? Nee. Nee. Sehen Sie? Da haben Sie mit Ach und Krach die drei zusammenbekommen, da freue ich mich sehr. Sie gewinnen. 100, 200, 300, 400, 450, 510, 520 Euro. Oh, danke. Weltklasse. Weltklasse. Wie oft haben Sie probiert jetzt in der Runde? So, 8-9 Mal. 8-9 Mal. Mensch, 520 Euro ist das toll. So. Jetzt hat der Herr keine drei mehr, also jetzt, die drei hat er gewusst, danke fürs Wissen, bleiben Sie dran. Und jetzt hat er keine drei mehr gehabt. Ich würde vorschlagen, wir gehen auf ein Tier wieder zurück. Regie? Wir machen vier Tiere. Was? Vier Tiere, zehn Pakete. Ja, das ist doch Quatsch jetzt. Es gibt aber noch vier. Wir starten in fünf, vier, drei, zwei, eins. Feuer! Es gibt noch vier Tiere. Ich sehe kein einziges. Wer hat noch vier? Genau hingeguckt. Von oben nach unten, von links nach rechts. Und Ihre Tiere dürfen schwarze Felder anreißen oder überqueren. Das heißt, wenn jetzt hier schon Tiere genannt wurden, die sind schwarz eingefärbt, wenn Ihr Tier in einen schwarzen Buchstaben mit reingeht, gilt das. Hauptsache, es ist ein rosaner Buchstabe mit dabei in Ihrem Tier. In Ihrem Tier muss ein rosaner Buchstabe mindestens enthalten sein. Dann ist es, lassen wir es neu gelten. Sie verstehen, was ich meine. Liebe Fernsehzuschauer, haben Sie vier Tiere. Es gibt zehn Pakete. So, ich packe die schon wieder aus, weil es geht ja gleich wieder zur Sache. Nee, also Redaktion, ich packe das aus, aber es wird wahrscheinlich keiner haben. Das ist doch schon klar, ne? Wenn eben der Kandidat keine drei mehr gehabt hat. So, das Ticken wird schon wieder schneller. Wie soll denn dann einer vier kriegen? Ich brauche nur einen. Ja, ich brauche nur einen, aber momentan hat es noch gar keiner. Liebe Fernsehzuschauer, wissen Sie, was in diesen zehn Paketen drin ist? Da wird Ihnen schlecht. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Ich brauche nochmal Hunnis. So, jetzt werde ich die ganzen Fuffis tauschen in Hunnis. Das Ticken wird schneller, Leute. Zehn Pakete, haben Sie gerade gesehen. Drei wurden gelöst. Reh, Laus und Ochse. Danke. Weltklasse. So, Achtung. Achtung, ich bin bereit. Ich bin bereit. Bereit für den Zuschlag. 100 Euro. Ich wechsle immer nur, ne? Kommt ein grüner rein. Fowie. Fowie. Huni. Achtung. Fowie. Fowie. Huni. Leute, vier Tiere. Haben Sie gerade gesehen, wie schnell das ging? Fowie. Fowie. Huni. So, jetzt fangen Sie auf. Achtung. Achtung. Fowie. Fowie. Huni. Achtung. So, Leute. Wer hier vier Tiere hat, weltmeisterlich. So. Hier ist das Geld. Hier ist das Geld. Wahnsinn. Das ist der blanke Wahnsinn. Zehn Pakete. Leute, wer hat denn hier vier? Redaktion, ich hab's euch gesagt, es gibt keinen. Ich hab euch gesagt, da ist ja keiner mehr vier. Also, da sind keine vier mehr drin. Ich seh auf Anhieb zwei Tiere, die es noch gibt. Zwei. Und Achtung, liebe Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer. Es könnte passieren, dass hier Tiere falsch geschrieben sind. Stolpern Sie nicht über die megaschweren Fallen. Ja, vorhin ist eine gestolpert. Die hat schon, die hat schon was Falsches gesagt. So, ich mach zwölf Pakete. Ich mach zwölf Pakete. Zwölf. Ja, so, Achtung. Zwölf Pakete, das heißt, ich nehme hier die obersten zwei mit ins Boot. Achtung. Zwölf Pakete. Hier sind sie drin. Leute, zwölf Pakete für vier Tiere. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie vier Tiere haben, ist sehr gering. Trotzdem, irgendeiner, der zu Hause sitzt, der vielleicht doch aus irgendeinem Grund Vieh hat. Was weiß ich warum. Weil er ein Feuchtbiologe ist oder weil er ein Doktor in der Biologie Tierbiologie ist oder was. Der kann das schaffen, der Rest. Ja, sei's drum. Ist halt jetzt so. Macht ja nix. So, liebe Professoren der Biologie und der Tiereskunde. Wenn Sie durch Zufall gerade hier bei uns sind, melden Sie sich bei uns. Retten Sie mich von diesem Kadaver. Finden Sie in unserem Kreuzworträtsel, von oben nach unten, von links nach rechts, noch vier Tiere. Die muss es geben, Leute. Jetzt heuern Sie auf mit so Fantasiequatsch. Dass Sie aus dem Ochsen ein Jokse machen oder irgendwas. Oder ein I-Jokse. Oder ein I-Joks. Machen Sie keinen Quatsch. Wer hat vier Tiere? Es reichen vier. Sie müssen mir keine fünf nennen, die es wahrscheinlich sowieso nicht mehr gibt. Aber drei sind zu wenig. So, und die Leute, die den neuen Live kennen und sie wissen, dass es tickt. Achtung. Leute, trauen Sie sich. Machen Sie doch keinen Scheiß. Gesamtgewinn, Freunde. Zwölf Pakete. Liebe Fernsehörer, das kann was werden. Wenn Sie sich jetzt mal Mühe geben. Ja? Ticken wird schneller. Sie kriegen zwölf Pakete für verdammt nochmal vier Tiere. Sie brauchen mir nichts sagen. Ich habe zwei. Es sind zum Teil Tiere hier drin, die so schwer sind, dass sie die zum Teil gar nicht kennen. Das ist ja auch noch so ein Ding. Da sind Tiere drin, die kennt man eigentlich gar nicht. Kein Scheiß. Hier sind glaube ich zwei, drei Tiere, die habe ich persönlich in meinem Leben noch nie gehört. Und ich hatte Bioleistung. Mein Vater ist Tierheilkunde, äh, Tierpfleger. Im Altersheim. So. Ja? Da sind Tiere drin, die kennen Sie gar nicht. Da wollen Sie mir erzählen, Sie haben vier Stück, weil Sie den Hund lesen. Ne, hier. H-U-N-T. Ja, ja. Oder hier da oben. Der Regenwurm. Freunde, vergessen Sie es. Es ist alles Quatsch, das bringt nichts. Regie. Der Zuschauer ruft an, weil er auf der falschen Pferde ist. Doch, ihr lockt den mit diesem Spiel auf einen falschen Fuß. Der Zuschauer wird hier keine vier Tiere mehr haben. Das ist völliger Quatsch. Da sind Tiere drin, die kennen Sie gar nicht. Und die müssen Sie auch finden, um diese vier zusammenzukriegen. Sind Sie sicher, dass Ihre Tiere Tiere sind? 3, 2, 1. Jetzt! Jetzt! Leute, da ist er, da ist er, da ist er! Da! Da! So, Redaktion, da draußen ist einer, der hat vier. Da draußen ist einer, der hat vier. So, jetzt geben Sie Gas. Geben Sie Gas, alle! Sie müssen jetzt ans Telefon! Sag mal, red ich, red ich polnisch! Sie müssen jetzt anrufen, sind Sie wahnsinnig. Sie sind vielleicht der Einzige, der es weiß. Sag mal, Alter, wenn du jetzt dran bleibst hier, ne? Wenn du jetzt dran bleibst, da, da kriegst du jetzt 14. 14 Pakete kriegst du jetzt. Wenn du jetzt diese, wenn du mir hier, aber hier, pass auf jetzt, Alter, bleib hier, bleib hier. Wenn du mir jetzt diese vier Tiere nennst, kriegst du die 14. Da kriegst du die 14 Pakete. Ich sag dir das. Alter, aber jetzt bleib dran. Bleib ja dran! Da ist einer, der weiß es, wenn du jetzt aufhörst, sitze ich morgen noch hier. 14 Pakete, ich erhöhe. 14 Pakete, ich erhöhe. Es tickt schon wieder. Achtung, 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 Achtung. Achtung. Leute, sind Sie wahnsinnig! Wenn Sie vier Tiere haben, Sie kriegen 14 Pakete. Hier, das Tucken-Set macht mich wahnsinnig. Achtung, 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 Achtung! Sie müssen ans Telefon, wenn Sie noch vier haben. Leute, ich werde bekloppt. Wenn Sie gerade eingeschaltet haben, lesen wir doch einfach vier Tiere vor aus diesem Gitter-Rätsel. Das gibt's doch nicht! So, jetzt kann wieder alles vorbei sein. Ich hab's Ihnen gesagt, Sie warten, da sitzen Sie zu Hause und sagen, Sie rufen nicht an. So, die Qualität bessert sich im Studio. Die Qualität wird besser, auch die Bildqualität, liebe Fernsehzuschauer gleich. Es wird alles wieder ein bisschen besser jetzt. Alles wird wieder ein bisschen besser. Leute, der läuft durch meine Live-Sendung. Das hätte er sich mal beim ZDF erlauben sollen. Hier beim Bekerner, beim Pelé und alles. Da wäre der Hochgang rausgeflogen. Aber der durfte ja sowieso nur das Publikum filmen. Achtung! Ja, so fängt man an. Erstmal Publikumsschwenk. Ja? Ja, ja. Vorsicht jetzt! Hier ist der Jansi-Held. Hier ist der Jansi-Held. 14 Pakete völliger brutaler Wahnsinn. Der völlige Wahnsinn. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen. Weit, ich meine es ernst, weit über 800. Das könnten locker über 1000 Euro sein. Locker. Haben Sie vier Tiere, Leute? Ich werde nervös. Sie hören es an meiner Moderation. Sie müssen sich Mühe geben. Wer hier 14 Pakete haben will, muss vier Tiere finden. Und Achtung! Es sind Rechtschreibfallen drin. Es sind in diesem Spiel nicht, dass die Tiere zum Teil, dass sie keiner kennt, sondern zum Teil sind hier auch noch Rechtschreibfallen drin. Wie sieht es aus? Wie sieht es aus? Haben Sie vier? Es ist völlig brutal. Gesamt gewinn. 14 Pakete. Wissen Sie, was das heißt? Wissen Sie, was das heißt in 37 Minuten, Freunde? Meine Sendung ist gleich wieder aus. Jetzt müssen Sie Gas geben. Ich sage Ihnen, wie es ist. Machen Sie es! Da wird man ja bescheuert. Da wird man ja wahnsinnig. Das ist ja brutal. Das ist ja brutal. Sie müssen es machen. Nicht ich. Sie. So, wenn jetzt gleich einer durchgestellt wird. Ich sage Ihnen das. Redaktion. Danach spüren wir mal ein Tier. Danach spüren wir mal ein Tier. Ich mache den Zirkus nicht mehr mit. Ich mache den Zirkus nicht mehr mit hier. Vier Tiere. Hier sind Tiere drin, liebe Biologen, liebe Professoren, liebe Tiermediziner, liebe Tierforscher. Wenn Sie durch Zufall gerade durchzappen. Nur Sie können das Rätsel wahrscheinlich lösen. Ich sage Ihnen, wie es ist. Oder ganz paar wenige, die wirklich sich mit Tieren ausgehen. Hier sind Tiere dabei. Die habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Da weiß ich nicht, was ist das? Ein Fisch, ein Hund, ein Vogel oder was? So, Achtung. Sie lesen hier Tiere, die vielleicht keine Tiere sind. Achtung. Sie lesen hier Tiere, die vielleicht keine Tiere sind. Leute, es ticken wird schneller. Sind Sie überhaupt nicht in der Lage, das zu lösen? Egal, wer gerade eingeschaltet hat. Nennen Sie mir vier Tiere. Eben gerade waren es drei. Der Herr, Achtung. Oh, der Button verliert an Geschwindigkeit. Und... Weißen Sie, wenn er langsamer wird, dann... Pam! Sie machen das ja Weltklasse. Sie machen das ja Weltklasse. Es hilft nichts, solange er nicht zugeschlagen hat. Es hilft nichts, solange er nicht zugeschlagen hat. Die Fahrt, die Suche nimmt Fahrt auf. Oh, 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 oh. Leute, 14 Pakete. Das ist der brutale Wahnsinn. Das ist doch so der brutale Wahnsinn. Da trinkt man sich in den Rauschtuch. Wissen Sie, wie viele Hunder da hier drin sind? Wissen Sie, wie viele Hunder da sind? Das sind alles ihr. Das ist alles ihr. Es sind alle lauter Hunder da. Brutal, brutal viel. Brutal viel. Mehr als mancher Monatslohn. 14 Pakete, wenn Sie jetzt so im Schnitt rechnen. 80, 90 Euro. Dann kommen Sie ungefähr da hin, was Sie jetzt kriegen. Nennen Sie mir vier Tiere. Vier. Die muss es wirklich geben. Kein Scheiß. Suchen Sie vier, wenn Sie vier haben. Manns Telefon, Leute. Es kann jeden Moment klappern hier. Seien Sie 18 oder älter. Wichtig. Seien Sie 18 oder älter. Mitmach eben unter www.neuenlive.de Aber nicht jetzt nachgucken, sondern nachher. Jetzt haben wir keine Zeit für so Spirenzien. Jetzt müssen wir zusehen, dass das Ding hier durch die Decke geht. Dass das Ding hier durch die Decke geht. Leute, das ist brutal. Ich häng hier in so einem stinkenden, tukkischen Set. Ja? Mit lauter Plüch und Tuffik. Und bah! Bah! Du kriegst ja Krebs in den Auge. Überall diese Puschel da. Diese P...